Hey, was ist das für ein Lärm? Der Tierpfleger ist eingeschlafen. Die armen Zirkustiere haben noch nicht gegessen. Wenn die Tiere nicht essen, sind sie nicht in der Lage, heute Abend vorzuführen. Aber warte mal, kannst du helfen? Bär Biggie kann seinen Trick nicht aufführen. Weißt du, was er braucht? Bär Biggie, genieße deine Mahlzeit. Tolle Arbeit. Bär Biggie hat seinen Teller leer gegessen. Elefant Elvis hat seinen Teller leer gegessen. Seehund Whitney kann ihren Trick nicht aufführen. Vielleicht braucht sie etwas zu essen. Seehund Whitney, genieße deine Mahlzeit. Tolle Arbeit. Löwe Bob hat seinen Teller leer gegessen. Von der Heine Ich 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 Bis zum nächsten Mal.